Ich kann ein bisschen lang schlafen, aber ich kann gar ein bisschen lang schlafen, also ist auch einfach mein Körper her. Doch, doch, halb zwölf ist bei mir spätestens Schluss. Allerspätestens. Aber eigentlich immer so gegen zehn. Leute, wir nehmen jetzt die Bombe und gehen auf B. Das ist erstmal Priorität A. Ja, wir gehen auf B und das ist Priorität A. So geil. Aber das kannst du nicht schon verlangen. Das ist im CV, ist das total lustig, wenn du das sagst. Was war es jetzt A oder B? Weil keiner zuhört, ey. Du bist so gangster. Ich muss jetzt erstmal darauf achten, dass keiner von vorne kommt. Ich bin jetzt auch hingerutscht, ich bin hingerutscht zum Traumspot. Ich bin auch rutscht. Oh Gott, das ist ein Gegner. Ich bin auch vorhin unter dem. Ich hab ihn weggeaimt. Das war übelst geil. Ich bin auch vorhin unterm links durchgerutscht. Eine ist oben Gina drin, ne? Wo? Gina. Da. Ich kenne die Callals nicht. Ah ja, ich geh schon hoch da. Zum Restaurant. Oben im Restaurant, man. Gina, da wo fett dick Gina dran ist. Nein, Claymore! Was ist Gina? Also so mit G oder was? Ja, G, Gina. Auf deutsch Gina ausgesprochen. Wie eine Angina, bloß oder an. Und ohne Schnupfen. Und husten. Na, guck doch mal links das Schild da, Max. Geht auch. Geht auch Vagina? Äh, nein, das geht nicht. Guck. Bumm. Ei. Hahahaha. Gut gemacht, Ghost. Bereit machen für die nächste Runde. Guck, bumm. Nichts passiert. Sau. Na, 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 na. Was ist hier drin? Krass. Die Eule da, ne? Die Eule! Oder die Keule? Na, arm... Bis nächste Runde, mal kurz Pause, mal 2 Minuten. Na, arm die Keule, weinen. Du musst hier unterm Nass da unten durchrutschen. Nein, ich bin kein Gangster, das kannst du nicht machen. Hast du das grad gesehen? Ja, wie denn? Ich leb doch noch! Hä? Hast du das grad gesehen? Ja, hätte das sein können, dass wenn diese grad mit Beigrutschen raus sind. Nein, 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 wir müssen mal zusammen da durchrutschen. Okay, das klingt homo. Wie klingt das homo? Wir können mal aufeinander umrutschen. Nee, das klingt nicht wie homo. Das klingt nicht nur ein bisschen homo, das klingt... Ach, hör doch auf. Ihr sterbt doch alle, wieso sterbt ihr denn alle? Ja, rennt doch nicht alle weg, ich hab so Angst. Der rennt eine... Nein, oben drin. Eginna. Mein Gott! Boah, Monster Aim. Der mit dem LNG ist oben bei der Gina. Ich hab echt keinen Aim mehr heute, ne? Das ist der Wahnsinn. Da ist ein Koffer, Wes! Oh! Oh mein Gott! Sag doch, das ist ein Gegner! Krass! Ich werde ihn umrennen einfach nur. Ich werde tief an hinten getötet. Oho! Was ist das Gegner? Ich stand da einfach rum. So klar, du musst jetzt unter dem Laster durchrutschen, ne? So wie ich folge mir. Okay, okay, ich versuch's, ich versuch's. Folg mir. Ja, ich versuch die Bombe zu nehmen und dann... ...und den Laster durchzweppen. Links oder rechts? Da hier unten drunter. Oh! Gangster! Ninja! Ninja! Ja, Ninja! Und jetzt muss doch das Bombe-Spot nach hinten. Nee, 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 nee. Das wäre zu viel, weißt? Dann wäre diese Skala wieder leer. Die Gangster-Skala. Oh, jetzt ist der Fall-Enderung. Ich rutsche in die Tür. Töte halt noch nicht. Ich kniere. Ich hab aber... Hast du hier Setcom? Ja, Feuer frei! Setcom-Verbindung aktiv! Setcom-Verbindung aktiv! Setcom-Verbindung aktiv! Oh, ne. Ich hab einen 3-Hits gegeben, bitte. Enter. Ja, ja, ja. Und der letzte hat Ghost. Auch schön. Oh, der schreit beim Laster irgendwo. Beim Laster, beim Laster! Guck mal, Wes sagt nichts. Wirst du wirklich viel sich haben. Oh, fine. Guck mal, wie ich da schon hinspirinnte. Wo? Ach, dort. Da, 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 da! Da, 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 da! So, aber jetzt haben wir, aber jetzt, auf der Seite, da haben wir gar kein Laster, wo man durchrutschen kann, ne? Wo kann man denn dann durchrutschen? Weiß. Du kannst zum A-Bomb-Spot da reinrutschen. Ich rutsch in den B-Spot rein. Mein Gott, oben im Drugstore ist eine. Zwei sogar! Zwei im Drugstore! Und nein, eigentlich nicht nett. Wie geht das denn? Einer war noch oben im Drugstore drinnen, ne? Was ist der Drugstore? Oh. Boah. Das ist eine gute Frage, was der Drugstore ist. Mach erst mal dieses Ding hier auf. Ich hab den Drugstore frei, ne? Alles gut, Leute! Beruhigt euch doch! Hahaha. Oh Gott. Ich hab mal MG aufgestellt, da, am Spawnen bei denen. Am Wasserturm war einer. Da hat grad rumgeschrien, einer. Am Wasserturm. Leute, am Wasserturm. Wo ist der Wasserturm? Ja, hier, wo ist der Wasserturm? Ja, hier, wo ist der Wasserturm? Wo ist der Wasserturm? Also wirklich. Äh, meiner! Ich war grad abgelenkt von der Frage, wo ist der Wasserturm? Haha. Ich bin schon vielleicht, also. Oh, da kam noch was geflogen eben. War echt zu viel. Sogar ein Double, oder was? Ne, das war ein Team-Banker halt eigentlich, ne? War das ein Team-Man, oder was? Ja. Ja. Mission erfolgreich, das war ein guter Tag. Sollen wir uns kurz Pause machen? Na, der Wassertz hat's richtig gemacht. Er hat die Opfer alle sterben lassen und hat dann die selber dann getötet. Ja.